Die Beziehung hat sich hervorragend entwickelt. Alle fünf, alle zusammen verstehen sich sensationell. Also selbst Po ist durch seine etwas teilweise zumindest behäbige Art nicht mehr außen vor, sondern absolut Teil der Gruppe und alle haben das akzeptiert. So wie der eine eben klein ist und der andere groß, der andere schlank und schnell, so ist Po eben ein bisschen korpulenter und es spielt alles keine Rolle mehr, weil alle haben akzeptiert, dass Gemeinsamkeit und das Teamgeist das Entscheidende ist und das funktioniert auch sehr gut.